Ich mache mir meine Pizza. Mh, was für eine. Meine Lieblings, Pizza Hawaii. Bitte was? So, dann erheize ich erstmal den Backofen vor. Während die Pizza backt, lese ich in der Wartezeit ein bisschen die Verpackung durch. Wer macht sowas? Pizza schneide ich eigentlich immer mit der Schere. Okay, das geht. Und jetzt noch ein bisschen extra Ananas drauf. Zu weit. Lecker war's. Aber noch eine schaffe ich nicht.